Mehr Geld für Minijobber. Ab Januar 2024 wird die Grenze für Minijobs erhöht. Genauso wird sie für 2025 auch nochmal erhöht. Das betrifft also alle Minijobber und insbesondere natürlich auch alle Rentner, die einem Minijob nachgehen, weil sie, und so ist es bei vielen leider der Fall, von ihrer Rente nicht leben können und gezwungen sind, sich noch etwas hinzuzuverdienen. Daher gute Neuigkeiten ab 2024. Was ist die Grundlage? Nun, ab dem 1. Januar 2024 soll der Mindestlohn steigen und dann auf 12,41 Euro pro Stunde erhöht werden. Das war die Empfehlung der Mindestlohnkommission und der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat bereits angekündigt, dass er diese Empfehlung umsetzen wird. Durch die Erhöhung des Mindestlohns dieses Gesetzes wurde ja 2022 geändert. Vorher war es so, dass wenn der Mindestlohn erhöht wurde, mussten sie als Minijobber ihre Stunden reduzieren. Genau dieses Gesetz wurde ja 2022 geändert. Das heißt, durch die Erhöhung des Mindestlohns bleiben ihre Stunden, sofern das natürlich vertraglich vereinbart ist, gehen wir mal davon aus, dann bleiben ihre Stunden gleich, aber die Entgeltgrenze für den Minijob, die erhöht sind. Das heißt, bei der Erhöhung des Mindestlohns auf die 12,41 Euro ab Januar 2024 erhöht sich die Entgeltgrenze dann von den 520 Euro aktuell pro Monat auf dann 538 Euro pro Monat. Ab 2025 soll dann eine erneute Erhöhung kommen und zwar abermals um 41 Cent beim Mindestlohn, dann auf 12,82 Euro pro Stunde und demnach ergibt sich ab 2025 dann eine Steigerung der Entgeltgrenze bei Minijob auf 556 Euro pro Monat. Vielleicht auch interessant für Sie, wie rechnet man denn eigentlich aus, um wie viel Euro der Minijob oder die Entgeltgrenze bei Minijob dann steigt? Wie ich schon sagte, 2022 wurde das Gesetz geändert und zwar dahingehend, dass die Grenze bei Minijob parallel mit dem Mindestlohn steigt und der maximale Monatslohn bei Minijobern berechnet sich dann so, dass das Entgelt auf Basis von 10 Wochenstunden zum Mindestlohn berechnet wird. Im Gesetz ist auch ganz klar definiert, wie sich die Formel dann berechnet und zwar lautet die Formel Mindestlohn mal 130 geteilt durch 3. Was da rauskommt, wird dann auf volle Euro aufgerundet. Für 2024 bedeutet das also die 12,41 Euro Mindestlohn mal 130 geteilt durch 3. Da kommt dann 537,76 Euro raus. Auf den nächsten vollen Euro aufgerundet heißt das die bereits genannte Grenze von 538 Euro monatlich. Gerne können wir genau das gleiche nochmal für 2025 rechnen. Da haben wir ja dann den Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde. Das mal 130 geteilt durch 3 macht 555,53 Euro. Aufgerundet auf den nächsten vollen Euro sind das dann 556 Euro. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie gesagt, mehr Geld für Minijobber ab 2024. Und zwar aufgrund der Erhöhung des Mindestlohns steigt die Entgeltgrenze pro Monat für Minijobber von 520 Euro auf 538 Euro. Und ab 2025 dann nochmals von 538 Euro auf 556 Euro. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schreiben Sie mir gerne mal in die Kommentare, ob das hilfreich für Sie war, ob Sie davon wussten, ob Sie das freut. Ansonsten soll es das von mir für dieses Video gewesen sein. Gerne sehen wir uns in meinem nächsten Video Ihnen. Bis dahin eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao. Bis zum nächsten Mal.